Auf Baden-Baden kommt eine Entscheidung zu, die sicherlich bedeutend ist, in einer Größenordnung, wie man sie selten für eine Stadt dieser Größenordnung auch bekommen kann, nämlich auf die Welterbeliste zu kommen, als Welterbe der Menschheit zu gelten, ist schon nicht nur ein Image-Thema, sondern das ist auch eine Auszeichnung für die viele Arbeit, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geleistet worden ist, um dieses Erbe zu wahren und bis zum heutigen Zustand so zu erhalten. Die wesentlichen Kriterien dieser Bewerberstädte ist, dass sie einen Stadttypus repräsentieren, der insbesondere für das Kurwesen überhaupt erst mal entstanden ist. Das sind Orte, ein Stadttyp, das sind Orte, die sind um die Quellen herum entstanden und haben aus der Lage der Quellen ihre städtebeuliche Entwicklung genommen, teilweise aus Römerzeiten, teilweise später erst. Und haben im Zusammenhang mit der Nutzung der Thermalquellen eine besondere, nicht nur die städtebauliche Form mit unterschiedlichen Quartieren entwickelt, sondern eben auch eine bestimmte Architektur, die Architektur, die der Nutzung des Thermalwassers diente. Und da es bei unseren Bäderstädten ja nicht nur darum ging, dass die Städte nur dem gesundheitlichen Aspekt gefrönt haben, sondern das sind Gesellschaftsbäder gewesen, die dieses Thermalwasser quasi zum Anlass genommen haben, auch gesellschaftliche Ereignisse zu nutzen und in denen zu leben. Das heißt, die haben auch Gebäude wie hier, das Kurhaus, also das sind die Gebäude, die der Freizeit und dem Vergnügen, dem Spielen hier in diesem Fall, insbesondere der Musik, die in Aufführung gedient haben und die dann ergänzt worden sind durch eine Lage dieser Quellen, der Gebäude für Freizeit und Vergnügen in einer parkartigen Landschaft, stark durchgrünt, die Villengebiete, die auch der Beherbergung in den frühen Jahren gedient haben, die Hotels, die internationalen Kirchen. Das heißt, es ist eine bestimmte Architektur entstanden in diesen Orten, die bis heute auch ablesbar sein muss und auch in Funktion sein muss. Das heißt, es ist eine bestimmte Architektur.